Ladies and Gentlemen, heute gibt es ein Special-Polizei-Gegendieb, denn ein Auto hat heute eine super Fähigkeit, aber welches sein wird's, das werdet ihr noch raushitten, Leute. Heute erst mal unsere Polizei-Gegner, Blackjack und Surfer Enrico. Kannst du mir erklären, wie du in der Luft schwebst mit deinem Surfbrett? Oh, I'm nice, man. Guck mal, mein Fuß. Ja, okay. Let's get on! Warte mal, entspannen, ich mach erstmal deine Waffe weg, solange ich nichts gemacht hab, habt ihr nicht das Recht, laut Paragraph 34 mich überhaupt zu bedingern, betatschen, oder? Wir sind hier in GTA, wir machen was wir wollen. Ey, was machst du als Polizist? Also die Polizisten sind auf jeden Fall sehr aggressiv unterwegs. Ich würde einfach sagen, Jungs, steigt ins Auto ein, denn meine Aufgabe wird es sein, heute diesen Urus hier zu klauen, diesen RS6 und diesen, ich weiß gar nicht, was haben wir denn hier? Uh, was ist ein RS6, RS5, RS7? Hoho, Leute, heute eine kleine Audi-Edition, denn der Lamborghini ist ja auch von Audi, oder? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Leute, wenn ihr das Ganze verhalten, lasst einen Like, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, wir suchen unser erstes Versteck. Let's go! So, Jungs, ich werde mit dem ersten Versteck anfangen und ich werde heute gegen euch ein bisschen professionell spielen, weil ihr seid ja ein bisschen eingerostete Polizisten, deswegen zeige ich euch, wie man richtig spielt, okay? Ihr möchtet gern Officers. Der einzige eingerostete Polizist hier ist Enrico mit seiner Beach-Kleidung. Junge, was redet der da? Warte mal. Oh, 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 Lambo, Lambo, funktioniert was? Wieso jetzt Beach-Kleidung? Da hat doch eine Uniform und dann halt einfach... Ja, genau, und schon auch, wenn man Strandpolizist ist. Ja, Bro, das ist doch mal in Ordnung, oder nicht? Ich sage euch so, wie es ist, ich gehe jetzt auf das erste Auto zu, ja? Hier herrscht Zucht und Ordnung, sage ich dir aber. Eins, zwei, drei, das sieht gut aus, R6 ist safe. R6 ist safe, Olus ist auch safe. Ja, Bro, dann gehe ich für einen gelben Auto. R7, R7, was mit dem, ist der safe? Ja, der ist auch safe. Ja, der ist auch safe. Hey, warte, der hat sich bewegt, hä? Aha, der hat sich bewegt, warum hat der sich bewegt? Nee, du musst auch gucken, ob bei dir jemand drin ins Blech checkt, ne? Ja, guck mal. Ja, ich fahr grad runter zum RS6. Okay, gut. Ja, und, und, was war das? Warum ist denn hier jetzt auf einmal eine Mülltourne erschienen? Bro, die habe ich halt da hingestellt, weil du da rein musst. Eins, zwei, drei. Äh, ja, genau, weil... Hier, das sieht gut aus. Aha. Warte mal, ich muss zum anderen Auto fahren. Bro, der ist bestimmt da. Am Urus ist niemand. Am RS6 auch niemand. Nee, gelbes Autos auch niemand. Hä? War ich das? Nee, das war ich nicht. Oder? Was denn? Gelbes Auto. Gelbes Auto ist safe. Okay. Bro, du musst gucken, Black. Schick nicht, dass du abhaut. Ich bin beim RS6, alles gut. Jungs, ich fahr jetzt weg. Ich fahr jetzt weg. Hey, da ist jemand, der geht zum Urus hin. Oh, warte mal. Nee, doch nicht. Ich geh zum gelben Auto. Okay, geh zum gelben Auto, Bro. Warum kommt denn da schon wieder ne Mülltonne? Servus. Hey, hey, RS6, RS6, RS6. Stabile Mülltonne, Bro. Die hat gut abgelenkt, oder? Oh, Bro. Wo ist der hin? Oh, der drückt mir so. Moin, Blackjack. Was geht ab? Was geht? Alles gut? Seid ihr bereit für den ersten? Er fährt hoch an Maze Bank? Oh Gott, mein Auto hat keine Bremsen. Mein Auto hat einfach keine Bremsen. Es ist zwar schnell, aber es hat keine Bremsen. Ich fahr hoch zu Maze Bank Tower. Ja, er ist nach oben. Komm mal, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bin direkt hinter ihm. Oh, er hat mich auch gelegt. Ja, besser ist, ne? Wo ist er hin? Darunter? Nein, er ist hier lang, hier lang. Er ist hier lang und dann. Ah, er ist da unten bei der Brücke, da unten. Aha. Jungs, was sagt ihr dazu, dass ich gleich das erste Auto spiele? schon geklaut habe, ohne dass ihr eine Chance hattet. Nein, 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 nein. Wisst ihr, was ich die ganze Zeit war? Soll ich euch verraten? Ich war eine Krähe. Ach, Bro. Ich war eine Krähe, die weggeflogen ist, Jungs. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da ist er! Er ist hier noch bei diesem Automat, Bro! Der ist er, ich sehe ihn, ja, er fährt gerade runter. Nein, Bro, er ist auf diesem Dach gelandet da drüben. Der eklig, er fährt hier noch extra rum, um zu pranken. Ja, Jungs, ich war weg. Ich werde weggefahren. Ich bin schon längst über alle Berge. Nee, er ist da hinten, ich sehe ihn rot, 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 da hinten hinten. Wo? Wo ist es? Ziehen. Warte, warte, warte. Ich komme da leider nicht hoch, Bro. Willst du sagen, ich chill immer noch auf dem Dach, oder was? Nein, 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 er war da unten hier irgendwo. Er war hier irgendwo, Bro. Ich war auf dem Dach die ganze Zeit, Bro. Da hast du irgendwie viel Fehl-Informationen. Nein, 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 nein. Wohin, Bro? Also, Jungs, ich sage euch, wie es ist. Ihr habt echt gute Arbeit geleistet, aber das erste Auto muss ich leider wegschwitzen. Tut mir leid, Jungs. Oh, er fährt Autobahn, er fährt rechts da hoch, da hinten. Jungs, oh, er ist ganz da hinten, Bro. Jungs. Ich bin, ich sehe ihn, ich bin über ihm. Ja, okay, Jungs. Willst du schaffen das noch? Nein. Doch, 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 doch. Nein, Jungs, ihr könnt, ihr könnt einfach, manchmal muss man noch aufgeben einfach, weißt du, was ich meine? Ja, Bro, ich habe ihn verloren. Guck mal, das Ding ist, manchmal, ich schwitze mich jetzt einfach weg. So, das ist weg. Ja, Bro, das ist weg. Oh, hast du ihn? Ja. Äh, Jungs, die Verfolgung geht mir gerade ein bisschen zu lang. Ich habe, glaube ich, lang genug mit euch gespielt. Deswegen werde ich mich jetzt... Äh, es ist wieder Richtung Autobahn. Deswegen werde ich mir rechts abgenommen. Deswegen verabschiede ich mich diesmal komplett von euch, Jungs. Also wirklich, bevor irgendwie die Zuschauer sagen so, ey, Bro, warum machst du so lange mit denen rum? Ich wollte ja ein bisschen Spaß mit den Officers haben, weißt? Ja, aber wenn du abhaust, ne, dann würde ich halt auch abhauen und nicht hier rumfliegen, dass man dich direkt sieht. Ja, Bro, manchmal muss man ja, ich sag ja, manchmal muss man noch... Oh, oh. Ha, 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 ha. Hast du ihn noch? Ja, komm zu mir. Äh, oh. Komm zu dir, komm zu dir. Oh Gott. Oh, labernit. Oh mein Gott. Also, Breakjack, es tut mir wirklich leid, aber das ist halt wieder Game Over für dich. Das ist jetzt nicht wahr, ey. Ja, tut mir leid. Ich habe jetzt einfach den Wundviertel einfach ab und haue dort ab, Bro. Also, ich habe jetzt... Also, ich komme dann zurück. Bro, wo seid ihr denn? Ihr könnt mich doch gar nicht mehr sehen, Digga. Enrico macht die ganze... Enrico macht die ganze irgendwelche Callouts, obwohl ich am anderen Ende der Welt bin. Ja, Bro, was geht denn wenn du mich sehe und hier die ganze Zeit fährst wie ein Rumpeljunge? Ja, aber wo sollst du fahren, dass du mich immer siehst? Ich war da hinten bei diesen Abonnationen da. Ja. Hä? Ja. Boah, Enrico, das ist viel schneller wie ich, Alter. Also, Jungs, ich würde einfach sagen, ich habe gegen das erste Auto leider keine Chance gehabt. Ja, okay, Mann. Oder wollte ich jetzt sagen, ihr seht mich immer noch? Nein. Warte, doch, doch, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ihr dürft euch zu mir porten. Wo bist du? Ihr dürft euch zu mir porten. Und damit steht es 1 zu 0 für den Dieb. Aber man muss sagen, das Auto war erstens schnell. Zweitens habe ich krass, übelst gut gefahren. Ein paar Mal habt ihr mich gesehen. Bisschen gespielt. Hier bin ich schön auf der Baustelle. Jetzt geht ab. Ja, GG. Hier ist das Auto. Und somit habt ihr auch das erste Auto verloren. Let's go zum nächsten. So, Jungs, nächstes Auto, nächstes Glück. Eins, zwei, drei. Bro, es hat doch gerade erst angefangen, du hast schon jemanden erledigt, oder was? Ja, hätte ja sein können, das warst du. Oh, ist das explodiert? Ich habe es auch gehört. Was ist explodiert? Warte mal, ich bin bei dem anderen Audi, da ist niemand. Alter, steigt damit ein, Alter, steigt damit ein. Du bist so ein Blindfisch, wie, da ist niemand? Alter, da steigt jemand ein. Bro, 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 bro. Gelbes Auto, gelbes Auto, bro, 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 bro. Servus, Jungs. Ich hab ihn doch, ich hab ihn. Alles gut. Mach ihn fertig. Ja, okay, okay. Ja, okay, ich geb auf, ich geb auf, ich geb auf, Jungs. Nein, er gibt nicht auf, er tut immer noch so. Herrlich, heilig, oder? Digga, wieso sind meine beiden Reifen geplatzt? Oh mein Gott, ich bin Beyblade. Beyblade, Beyblade. Jawohl, 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 jawohl. Oh, ich glaube, ich... Mach einen Headshot, mach Headshot. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem, Jungs. Ja, aber... Hör, was macht der da? Oh, ich hab gedacht... Warte, jungs, 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 jungs. Ja, dann steig auf. Ah, auf, den da runter zu kicken. Nein, nein, der will da rüber, Jaffi, Bro, der eklige. Nein, nein, nein. Mach, zu, mach, zu, mach, zu, schieß Reifen ab. Die ist so, ich habe dir echt schnell Reifen getroffen, ne? Muss ich ehrlich zugeben. Aber tschüss. Oh, Mann, oh, cik, ich krieg dich so durch. Oh, oh, oh. Ja, das war's. Moin, Enrico, was geht ab eigentlich? Oh, noch ein Reifen geplatzt. Ich feuer den jetzt so weg. Noch ein Reifen geplatzt. Wollt ihr den letzten auch platt machen, dann ist es vielleicht besser zum Fahren. Vorne rechts, bitte abschießen. Okay, mach ich. Ah, bitte vorne rechts einmal den Reifen abschießen. Oh, ist weg, ist weg. Nee, ist noch dran, aber ich verliere Öl gerade. Ich glaube, tatsächlich, dass wir das gewonnen haben, ne? Nee, erst wenn ich down bin oder das Auto down ist. bis dahin ok drei sekunden noch drei sekunden gebe ich dir noch ja das kann sogar echt hinkommen oh gott was ist denn los ich schießt doch mal da geht doch eigentlich die ölspur abschießen dann will ich direkt tot sein aber ist okay dass er jetzt schon wieder abhaut er raucht er raucht er raucht das war der erste fliegt ins wasser der erste flieg ins wasser wird drauf gegen mich in vergeben mich ja das ding ist ich muss sagen dies hatte ich keine chance weil ich direkt mit zwei platz und reifen losgefahren bin da habt ihr diesmal tatsächlich gute polizei arbeit geleistet ein leben weniger das heißt zwei autos zwei leben ich repariere es stelle es wieder ab und dann heißt es neu verstecken leute so jungs neues versteck neues glück ich sage euch so wie es ist ja diesmal habt ihr rechtzeitig die reifen abgeschossen das war das gute aber zwei leben zwei polizei aus zwei polizei aus zwei autos ist eigentlich gut machbar denn ich habe ich habe eigentlich auch eine gute idee und zwar werde ich jetzt einfach ein auto nehmen clown und fertig okay ist das geht gar nicht sind deswegen schlechter plan ich nehme es einfach und klaus was soll schlecht oder also man blickt ich habe ein kleines problem ja ist es unser problem ja ich sitze schon im auto drinnen soll ich nur sagen aber das ist ja da dauert ist eigentlich wenn man wenn man als misspieler in ein auto einsteigt kann man nicht ja auch weil ich als beifahrer sitzen bleiben man 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 das mal du blöd man jetzt warte mal rosa kann aber auch so ein ganz kleines fisch wieder gewesen sein dass wir nicht sehen ja er fliegt hier wieder komplett durch die luft wo ist er denn mal die koordinaten koordinaten sind berg pro ja 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 bro sagt er wo er ist ja in richtung casino dahinter da ist er oha blackjack stark ich habe ja gesehen wie du da entlang geflogen bist blöd dass du nicht weiter gefahren bist weil ich habe mich übelst überschlagen ich habe mich auch überschlagen aber du hast dich noch mal überschlagen ich habe mich leider auch überschlagen deswegen konnte ich nicht abhauen aber da ist das war so ein schlauer muss ich nicht gemacht was macht er denn da jetzt auf ihn jetzt auf ihn und dann ist es in der fliege von dort », »Oh mein Gott« »Was?» »Was?« »Ich habe euch gesehen? »Lolo hat ihn eliminiert.« »Was? »Was hast du für einen Headshot gedrückt?« »Ich habe mich den heftigsten Headshot gedrückt, Digger.« »Digger, er hat mir One-Shots reingeballert.« »Nein, Bro, was?« »Oh mein Gott« »Ja Bro, wenn du mini Apostel schuldig.« »Ich habe dich gemacht. »Ja, ich habe dich gemacht.« »Digger, er hat mir One-Shots reingeballert.« »Digger hat mir One-Shots reingeballert.« »Digger.« »Nein, Bro, was?« »Damit. »Oh mein Gott«. »Digger, er hat mir das Gefühl. »Ich habe mich die Frage.« »Digger, er hat mir vorgeballert. » Alter, das war sogar noch ein Schuss, weißt du? Junge, das war... Oh mein Gott, ein Leben, zwei Autos, doch schwerer als gedacht, Leute. Also ich sag euch ehrlich, Enrico, hast du irgendwie Aim-Training gemacht oder wieso hast du plötzlich so gut getroffen? Irgendwas hat da nicht gestimmt, sag ich dir, wie es ist, Bro. Das war geisteskrank, aber dafür musst du jetzt mehr Autos klauen. Bro, ich hab zwei Autos, ein Leben, das war krass. Also wirklich, ich hab halt auch nicht damit gerechnet, dass du mich triffst. Ich auch nicht. Wir haben neue Spezial-Russak-Munition, die zieht automatisch auf dein Kopf. Bro, warte mal, warte mal, warte mal. Gehen wir zu dem Türkis in ein Auto. Du wolltest zum Türkis-Auto gehen, Blackjack. Bin ich doch auf dem Weg. Ja, Bro, ey, Blackjack, warte mal. Warum ist da jemand drin, der da ist? Ähm, lass mich. Blackjack, bist du im Audi drin? Nein. Blackjack, wie sieht der andere Autos? Ja, Bro, das ist ja dann. Das, was, ist das Russik? Ey, würd doch jetzt zum dritten Mal dieselbe Karre klauen, oder? Nein, ich hätte nicht aussteigen sollen. Nein, 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 ich hab Fehler gemacht, Bro. Warte, ich komm zu dir. Hat man auch zu publiziert. Und jetzt? Ich will den nicht abschießen, Bro. Ich bin es auch nicht, das ist ein NPC. Blackjack, ey, lern mal zu fahren. Ich bin jetzt nicht im Weg, es ist ein NPC. Ja, warte, das testen wir gleich, warte mal. Bro, als ob ich so ein Video ein- und aussteige, wie so ein NPC. Au, steigen, Hände hoch, Polizei. Bro, ein NPC. Okay, wenn es ein NPC ist, dann werde ich jetzt schießen. Drei, zwei, eins. Ja, und jetzt musst du fünf Sekunden zählen, Bro, vergiss es nicht. Fünf, vier, drei, zwei. Ey, da steigt gerade ein, da ist er doch. Bro, du erfährst mich, ey, Roman, Blackjack, Junge. Es ist aber schön, wenn du ausgestiegen bist, Bro. Du hast jetzt auf jeden Fall viel Zeit verloren, Bro. Muss ich ehrlich... Oh mein Gott. Oh mein Gott, Blackjack, der Eklige, hat mir den Weg aufgesperrt. Wo ist das denn, rausfahre? Weil ich gesehen habe, wie du unten reingefahren bist. Schade. Schade, Bro. Aber ey, er klaut zum dritten Mal dieselbe Karre. Ja. Ja, muss auch mal sein. Das war auch... Oh mein... Bro, was für'n Jump. Ja, hat er die Einfahrt verpasst. Wo sei ich hier? Ja, ich heng da gerade noch. Ach so, ihr seid hinter mir. Ich sag dir ehrlich, ich bin grad voll stauert. Oh mein Gott. Digger, der trifft alles. Bro! Oh mein Gott. Ich glaube, er hat Reifen getroffen. Oh mein Gott. Zieh dich. Wollen wir noch mal diskutieren, dass du mich fast erledigt hast gerade und jetzt nicht einfach weggekommen bin. Ja, denkst du? Ich bin hier hergefahren und bin aufstehen geblieben. Oh, ich hab's auch geschafft. Nice, Bro, nice. Good jump, man, good jump. Good jump, Jungs, auf Wiedersehen. Nein, er ist hochgefahren! Er fällt wieder Alice Customs, Alice Customs, ich bin hinter ihm her. Oh, das gibt's nicht, hey. Oh mein Gott, genau, hier hab ich nicht weggeschleudert. Oh mein Gott, was macht ihr denn da? Oh, wow. Hey, warte. Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Hey, eure Autos sind OP irgendwie. Hey, ihr portet euch bei mir weg. Digga, Plexig hat sich gerade weggeportet bei mir einfach. Ich bin hier. Jungs? Oh nein! Ich hab' verdammt, Bro. Hier, ich geb' auf, Jungs, ich geb' auf. Nein, Bro. Ich geb' auf, ich geb' auf, Jungs. Wo ist er denn? Alice Customs. Was ist das? Ich seh' nicht mehr. Was ist das, dass man hier reinfahren kann? Nee. Was ist das für'ne Baustelle? er schiebt mich da in die garage wo ist er denn hin mann ich sehe ich habe nur ein reifen ich glaube der einzige der das schaffen kann ist blackjack ich bin irgendwo anders wie warum ich hab dich verloren voll warum ich habe über die trüe gesprungen bist du drüber geflogen weg geflogen ja richtig weit weg wo hin erzähl mal ein bisschen ja richtung alles customs halt da unten ja der ist in den scheiß kanal geflogen der trottel weil das ding ist wenn mich blackjack jetzt nicht sieht dann bin ich weg nein habe ich nicht weil ich habe schuss gebaut und du bist um die ecke weggefahren ist er weg keine ahnung wo ist die jungs ich bin glaube ich echt schon wir hatten ihn doch gerade eben so oft fast getötet gehabt ich war so oft red live wegen schüssen dann war mein ding habt ihr kurz so pause gemacht weil er dachte wahrscheinlich so ah ja ganz locker easy jetzt aber jungs ihr könnt euch zu mir porten ich glaube hier ist keiner von euch ich genieße so lange die aussicht hier du bist bei diesem hafen da du hättest mich ja nicht sehen du war die ganze zeit da drüben gegenüber echt habe ich nicht auf der straße habe ich gar nicht drauf geachtet ich habe hier geparkt entspannt gechillt und fertig jungs und damit heißt es nur noch ein auto aber auch nur noch ein leben seid ihr bereit fürs finale jungs ich hiebe mich jetzt mal hoch weil hochheilen ist erlaubt und dann heißt es let's go finale so jungs nächstes versteck ist am start sage ich euch wie es ist es fehlt mir nur noch ein auto jungs ein auto und ich kann euch so sagen es wird jetzt zeit komplett warum crash du musst du musst du musst wirklich alles mit ihren augen offen halten blackjack crash das ist ja wieder das war keine absicht kann kein auto fahren warte mal er sieht aber dass blackjack das auto weg ist ja ich hab doch ein auto zu klauen was soll ich denn sonst sehen ist doch logisch dass ich mein auge auf das auto geworfen habe ja ja voll viele leute an dem auto ist eine rampe brome rampe die will ich aufprobieren denkst du man kann darüber jumpen warte ich mache jetzt erstmal hier was ist das denn man kann durchfahren ja ja mir kann einfach durchfahren ich weiß nicht warum ja durch kann das kommt darüber was sie früheste da ich hier fünf da zwar nicht war das voll cool so rüber drauf guck mal da rein vielleicht ist eine rammeligkeit auf die rüse aufgehört gerade ja okay warte 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 bist du blind ein siegert ist auch keine maschinenpistole benutzen hier war keine aus versehen enrico alter 1 2 jungen also jetzt keine ahnung hier ist niemand woanders hingehen sagt er ja jeder jungen ich habe mich aufs dach gelegt ich sage euch ehrlich ich glaube ich habe mit einer der besten wie bewegt sich maximal nur will ich wirklich ich kann euch so sagen ich war die ganze zeit beifahrt dabei in rico italia seinem auto tollen rico ja brauche ich nichts für die kinder nicht da rein eigentlich woher weißt du dass ich ein kind bin wie hast du das jetzt gesehen weil du kein schwarz warst ich habe dann einen kleinen anzug gesehen und gerade eben ich wusste dass du das bist du ekliger wie du wusstest dass ich es will ja ich habe doch gerade eben gesagt was klein ist ja aber brauche ich merke dass ich die ganze bei denen neben dran saß nein das nicht aber wo du jetzt sagt dass dass ich drin warst du wusstest dass du ein kleines kind bist ja wo sei ich dir überhaupt noch dran ich bin ich bin ich bin verloren ich war ja ich habe so ein gutes timing gerade bei enrico gespielt weil er hat gar nicht gedacht dass ich beim auto sitze und wann bin ich aus seinem auto ausgestiegen um zum urus zu kommen keine ahnung berg selber oder du schläfst einfach in deinem job geld ist schläfst einfach wo ist denn warum weiß ich nicht aber ich bin hinter dir und schon dass der black ist genau jungs es hängt an zu regnen ich gehe nach hause ist okay erfährt die kanalisation bro ja du blöd mann alter jetzt komm her ich krieg dich noch da vorne ist sagt dass der fährt jetzt wasser rein auto geht kaputt du weißt dass wir auf ihn schießen können ja sein auto geht kaputt ahaha sein auto ist kaputt nein jungs ich bin down jungs wie macht er das ja ich habe meins auch versenkt jungs die haben mich noch nicht jungs der fährt immer noch hier ist halt nicht so tief du kannst hier mit auto fahren guck doch nein hier ist nicht tief hier ist halt nicht tief bro was los nein ich kündige ich will kein polizist mehr sein du hast irgendwie hacker sagten oder was ist denn hier ab in wasser das gibt es doch nicht mal jungs soll ich euch was sagen ihr hattet mich fast ich habe sogar schon öl verloren aber heute gibt es nämlich den ubodudus ich kann einfach abtauchen jungs was soll das jungs ich glaube damit habe ich jetzt gerade das letzte auto geklaut oder kann jemand von euch gut schwimmen ja ich kann schwimmen ja dann versuche ich doch zu bekommen wo seid ihr denn jungs ich glaube das war es jungs also jetzt für real ich glaube das war es mit euch schön im regenwetter oh nein oh da schießt mich immer da du hast echt noch alles gegeben blackjack aber das war es für dich das war es für euch jungs ich hau ab es tut mir leid aber heute ist halt der ubodudus am start gewesen aber leute wenn euch das video gefallen hat dann lasst auf jeden fall ein like da abonniert den kanal aktiviert die glocke heute mit dem ubodudus abgehauen und damit würde ich sagen checkt die jungs ab bis zum nächsten mal und wir gehen erst mal auf tauchkurs wo habe ich das aussieht hier crazy crazy so